... Musik ... ... Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu! TTT. Willössungsaufgabe. Pizpied. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Anti-Pizpied. Juuuuhm... Hier mit dem Team Pizpied. Und wir machen heute eine... Eine Runde. Eine dunkle Folge. Oh, du hast das nicht rausgemacht. Hahahaha, hallo, hallo, hallo. Ich muss doch mal eine Waffe holen. Ja, ich könnte die Kassmachiene rausnehmen. Weil euch keine geilen Skills nicht gefallen, obwohl die maximal sind einfach nur. Besser als düster. Der ist echt ja alles düster. Halloween-Folge. Christian verfolgt sich meiner Waffe. Ich höre Man-Hacks. Ich höre auch Man-Hacks. Der wurde teleportiert zu den Man-Hacks! Der ist in der... Der ist... Aber! Jay! Peter, Peter. Jay! Der war bei dem Feuerraum... Was heißt denn Feuerraum? Der hat mich auf 34 geschossen. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen. Da, wo der Pool ist! Da in dem Raum, wo der Pool ist! Da war das. Das war ein Man-Hack. Warte, den hab ich nicht getroffen? Peter, Wortfindungsstörung, ey. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Du hast halt überlebt. Au! Oh, sorry, Bram. Ich hab grad auf den Man-Hack geschossen. Alles gut. Ach, nee, nicht alles gut. Du bist voll... Ja. Ja. Was heißt denn Ja? Ja, Bram wurde jetzt halt von einem... Schnauze, Sepp. Schnauze. Alles klar. Ja. Ja, Jay war richtig gut. So. Wer hat denn... Bram ist gestorben von... Man-Hack. Von Sepp, oder was? Achso, von Man-Hack. Ja, von Man-Hack. Sepp hat mich leider auf 5 AP runtergeschossen. Und du hast dann weiterhin trotzdem gegen Man-Hack gekämpft. Okay. Alles gut. Ja. Ohne Mist. Das war echt ein super Start. Also, ich bin direkt in einem Raum gespawnt. Dann wurde das Licht ausgemacht von Darlö. Ich hab das Licht ausgemacht. Ich hab das Licht ausgemacht. Achso, das war egal. War super. Wo kann man das denn ausmachen? Weiß überhaupt nicht wo. Weiß ich nämlich auch nicht. Muss ich ja auch nicht sagen. Können die Zuschauer in meiner Perspektive sehen, aber verraten wir nicht das kann. Hey, wieso kann ich... Das ist ja nicht Top Secret hier. Ha! Ne, das war auf jeden Fall. Hat geholfen. Schade, hätte er klappen können. Ha, 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 ha. Hey! Im Keller. Ich will nur wissen, wo das Licht angeht. Hier nicht. Hier ist ja auch quasi ein Solar Pool. Wurde geportet bei der INCI. Also, es muss Sepp oder Jay sein. Was, Jay ist es dann? Es muss... Christian, der ist hinter dir. Ich bin da noch unten. Aua, ich brenne hier gerade. Der Traitor ist hinter dir. Sepp ist da. Es kann nur einer von euch beiden gewinnen sein, wenn er das Feuerhose gegangen ist. Was heißt denn, der ist hinter mir, Jay? Ich bin gerade hinter dir gewesen, Christian. Und wurde weggeportet. Sepp ist tot, glaube ich. Okay, Sepp ist gerade gestorben, glaube ich. Bramhin hat ihn gekillt. Kannst du den identifizieren? Alter! Alter, hau ab! Christian! Ja, ich kann nicht durch die Tue gucken. Ich will nicht hier reinkommen. Ja, ist ja gut. Sehr gut. Moment. Okay, Bram war später. Ja, Bram hat ihn gekillt. Sepp der andere. Nein, Sepp wurde von Bram gekillt. Ich bin's aber nicht. Ja, Bram wird wahrscheinlich auch unten in dem Keller gewesen sein. Hast du was gemacht, Alu? Ich hab Bram gekillt. Und Bram wird auch in dem Keller gewesen sein. Okay. Und dann hat Bram mich geportet. Also Peter oder Chris? Aus meiner Sicht. Oder Jay. Alu hat aber angesagt, Jay oder Sepp. Ja, weil die beiden sind da hingegangen, durch die Tür, dann ist eine Brand hochgegangen, ich bin abgehauen. Das heißt, wenn du sagst, einer von den beiden muss es sein, dann meinst du in Wahrheit... Ja, weil keiner von denen gesagt hat, dass Bram auch da ist. Weil ich dich nicht gesehen habe. Ne, du konntest das nicht sehen, Christian. Ich war hinter dir, als ich geportet wurde. Eben, da bin ich weitergegangen. OJ Simpson ist der Terminator. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein Mörder. Bist du's, Peter? Nein. Was erwartet man sich eigentlich mit so einer Frage? Ja, am besten. Weißt du, hast du die Leiche gesaved, Dalu? Ist nicht möglich, weil ich eingesperrt... Also links, wenn ich rausgehen will, steht da Christian und rechts... Christian wäre, glaube ich, aggressiver bei mir gewesen, wenn er Traitor gewesen ist. Deswegen glaube ich, dass Peter es ist tatsächlich. Okay. Bin ich aber nicht. Was machst du jetzt? Dich töten, wenn ich dich sehe. Okay. Oh, das ist aber frech, weil ich bin nicht. Okay. Dann hab ich halt gefailed. Nein, mit dem Stink lag ich dann... Okay. Also, ich sag einfach mal, die Traitor-Leiche sind im Keller und wenn wir in den Keller gehen, ist er verdächtigt, weil da ist ja sonst nichts drin. Ich bin gerade durch den Keller gelaufen. Ja, eben. Also, das heißt jetzt in den Keller gehen, oder was? Ich bin jetzt wieder im Keller und die Leiche ist noch da. So, alles gut. Die Leiche ist noch da? Ich hab da gar keine Traitor-Leiche gesehen. Ich hab sie ja auch ein bisschen versteckt. Ja, das ist gut. Ich hab jetzt ein bisschen Sorge, dass ich auf Jay treffe und der mich einfach wegmacht. Christian ist es! Der wird schon beschossen. Oh, fuck. Oh nein, warst du spät? Ja, Jay hat mich schon... Also, was soll ich da machen? Der hat mich schon auf 6 runtergeschossen. Ich bin innocent. Shit. Und dann hab ich Jay gekillt. Jay, jetzt ist das dein scheiß Ernst. Ich weiß nicht, ob er einen Doorbuster angebracht hat. Er hatte halt was Doofes in der Hand gehabt. Ja, meine Waffe. Nein, nein, nein. Das war halt keine Waffe. Ja, du, wo ist denn der Christian? Ah, unten im Keller. Er will die Leiche holen. Ah, scheiße. Ich komm jetzt nach oben. Aber ich glaub, ich komm nicht durch die Tür. Oh, ich werd sterben. Nein! Leute, ich konnte doch einfach durch die Tür gehen. Hast du keinen Doorbuster angebracht? Was ist denn ein Doorbuster? Dass die Tür explodiert, wenn ich sie öffnen will. Ich hab grad ganz andere Probleme. Heilung ist in der Mitte, relativ weit oben, ja. Hast du gefunden. Das ist richtig. Wie bist du denn jetzt hingerannt? Ich bin immer noch im Keller, beziehungsweise hinter der Tür, wo der Doorbuster dran ist. Im Arsch. Kein Radar kaufen, bitte. Ohne nicht. Du stehst wieder irgendwo. Warte mal. Sonst siehst du, wenn ich hinter einer Ecke stehe. Oh. Oh, Christian, ey, gut gespielt. Ja, ich hätte es sein können. Das stimmt, Peter. Ja, schade. Ja, wie gesagt, Christian hat echt gut gespielt, weißt du. Unten, als gerade dann diese ganze Feuersache war und hier Jay oder Sepp haben teleportiert und ich nur noch auf 66 runtergemacht wurde, weil mich die Insel von Sepp halt runtergetönt hat. Ach, das war doch die Insel von Sepp, genau. Ich hab überhaupt nicht mitbekommen. Also irgendwann hat mich auf jeden Fall runtergeballert und dann kam Christian halt rein, macht die Tür auf. Ich so, Christian, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, und dann ist er halt direkt wieder weggegangen, was halt für einen Traitor, gerade in dieser Panik, halt komplett untypisch meiner Meinung nach war. Eigentlich hätte er dich über einen Haufen ballern können, ne? Weil zwischen Jay und mir lag Feuer und dann wurde ich halt ins Feuer geportet. Das hat halt keiner zum Glück mitbekommen, als Dalu geportet wurde, dachte ich gerade so, oh, wer ist das denn hinter mir? Oh, Bram. Ich hab überhaupt nicht mitbekommen, als Dalu hinter mir war. Ich dachte, das wäre Dennis gewesen. Tut mir leid, Peter. Peter, ich helfe dir. Peter, weg da. Ich helfe dir. Jetzt, warte. Jetzt ist raus. Hast du? Hast du keine Waffe? Nee. Kannst du auch einfach mit dem Aktivistik annehmen. Das ist irgendwie. Ah, das wäre smart. Klick dich weg, Junge! Wo seid ihr denn alle? Geht voll die Party. Weg. So wie den Minecraft-Mann. Da, wo der Enzian blüht, sind wir. Ah, das steht da. Blau. Ich weiß, dass wir einander vorbeigehen. Ich geh hier in die Archie. Oh, da kommt der OJ. Der ist krude. Ich geh ja schon. Krude, krude. Ja, der ist auch ein cooler Typ. Das ist ein Fehler. Was machst du denn da, Dalu? Achso. Okay. Gar nicht einfach, ja. Wäre das nicht einfach cleverer, dir irgendwie einen Stuhl hier zu nehmen? Ja, da oben, hier oben. Alter! Würde ich eh wieder runtergehen, weil es nichts bringt. Christian, da ist Dalu. Oh, mein Freund. Peter, 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 Peter. Wir waren auch schon mal... Hier ist doch... Da ist einer am Schuppen drin. Guck mal. Der hat an die Wand geguckt, Bram. Bram ist aber ganz schön lange in dem Klo gewesen. Bram hat sich reiner geguckt. Manchmal muss man halt richtig hart gucken. Ist aber gerade einmal vorbeigelaufen und ist da verschwunden. In dem Klo. Ja, in dem Klo. Ja, in dem Klo. Ja, nicht in dem Klo, in dem Badezimmer an sich. Ich saß nämlich in der Toilette, hab mich gedockt und gehofft, dass mich keiner sieht. Und der ist einmal vorbeigelaufen, hab ich geguckt, da war der weg. Da war niemand rausgekommen, Bram. Ne, genau. Das ist genau die Problematik. Da ist keiner mehr rausgekommen. Aber da ist immer noch keiner drin. Das Meloden-Massakel. Doch, ich bin da drin. Ja, aber halt... Da war einer und der ist jetzt nicht mehr da. Gib's doch zu, Bram. Du musst es hart scheißen. Ich bin... Ja, das muss ich so oder so immer. Aber unabhängig davon. Weil ich bin im Wachzimmer. Einer ist ja durchgelaufen. Christian hat auf eine Pistole gewechselt. Doch. Achso, ja. Warum? Weil ich dachte, du wolltest sagen, dass hier... Ich hab sonst ne Mac-10. Ist doch auch nicht ganz so verkehrt. Halten wir den noch mal im Auge. Den Boy. Mach das mal, Peter. Bram ist immer mal... Jetzt weiß er, dass ich hinter dem stehe. Was hast du da? Was hast du da? Alter, ich dachte... Weißt du, was du auch immer so hältst? Ich dachte auch, du wär ne Taube. Äh, genau. Die Taube hältst du nämlich auch immer so. Ja, aber die Taube siehst du doch. Ja, aber das ist halt immer... Keine Ahnung. Jetzt ist da auch noch Jay. Hallo? Ich verziehe mich. Machs gut, ihr Trottel. Peter hat eben gesagt, hier brauchen wir nur Scheiße. Ich glaub, Peter und Bram sind. Und Bram ist immer noch mit dem Bad. Und Bram ist immer noch mit dem Bad. Und Bram ist immer noch mit dem Bad. Wo ist denn dahinter? Das ist das Klo. Ja, 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 da rein. Da rein musst du. Und dann bist du tot. Ja, der ist da noch drin. Kein Quatsch. Hat er eben eine Brand reingeworfen? Das ist aber assi. Nein, Bram hat selber eine geworfen. Ich hab einen an die Tür geschmissen. Das ist jetzt echt eine an die Tür. Alter, Christian, das sieht voll creepy aus mit dem Licht. Ja, das ist richtig so. Alter, ey. Ravenholm. Über The Shining. Rettrum. Wann ist denn hier mal Rettrum, ey? Wann ist denn Rettrum? Das ist die ganze Frage, ey. Mörder. Mörder rückwärts. Kommt da, du klick mich weg. Du willst es. Ah, da kommt Peter von hinten. Von hinten? Wo ist denn von hinten? Jay hat eine Taube. Jay ist weggegangen. Das ist ne Lüge. Und wie sind alle hinterher? Ah, Peter ist der andere. Der schießt mich in der Luft. Ich rette Christi. Ich räche, Christian. Retten tue ich ihn nicht mehr. Okay, Jay ist immer noch weggerannt. Ich hab ihn noch nicht gefunden. Pass auf, Bram. Er kann rechts im Busch sitzen. Das gefährdende Ecke. Hey, tut da ab. Jay ist links. Okay, Jay haben wir. Okay. Das ist doch einer. Peter nehmen wir mir auch noch. Wir haben einen auch. Nice, Jungen. Verfickte scheiß Taube, ey. Jetzt einfach immer schießen. Die kam zum Glück nicht an. Geil, Teleporter. Fuck. Ja, ja. Scheiße. Mann, die Mellon hat nicht gezündelt. Ey, schade. Ach so, hast du nur eine hingelegt oder was? Der Teleporter geht bei mir nicht. Du hast ja auch keine Destination, oder? Nein, ich hab deine gemeint. Du kannst doch nicht die von da übernimmst, die von Peter. Ja, das ist echt ein bisschen schade. Und deine Taube hat auch nicht getroffen, oder was? Nee, die waren alle jetzt... Weißt du, die haben sich so schön immer auf einen Punkt da konzentriert und dann plötzlich sind sie dann nicht mal alle auf einen Punkt, die Penner. Not gone. Nachdem du da warst, musst du dann anders positionieren. Das ist ja gar nicht. Weißt du, dass eigentlich direkt hinter dieser Tür auch eine Schrotflinche liegt. Hinter welcher Tür? Hinter der hier. Da vorne. Du kannst sie sehen. Wenn du mir vorbeiguckst. Siehst du? Direkt nach vorne liegt die. Da, da. Siehst du das? Hab ich gesagt, siehst du nicht. Wo denn? Da, da liegt sie. Da unten. Oh nein, Christian J. Moschpitz. Wir spielen nicht das Spiel. Spielen mit dem Krokodok. Ja, nicht zu dritt, ey. Du bist der Krokodok. Genau, Innocent. Und du weißt ja, dass ich Innocent bin, weil du Traitor bist, du Sau. Moment, hier in den Keller bin ich gegangen. Das ist eine Lüge. Was ist denn da jetzt prepared worden? Nur eine Melone in einer der beiden Toiletten. DALUK! Du kannst hier in einer der Toiletten, da liegen so fünf Melonen drin. Da kannst du total einen Melonen-Massacken machen. Habt ihr das mitbekommen, dass DALU es ist? Ich bin der Slayer. Ich lebe, Bram lebt noch. Was? Ja, ich lebe noch. Bram, du hast mich ganz schön hart verarscht. Einfach nur. Hab ich jemals gesagt, dass ich tot bin? Ja. Ja. I'm the Butcher, man. Na, du Gott, wirfst du mir da hinterher? Dir doch egal. Das ist nur Rauch. Ja, stimmt sogar. Na gut, I trust you. Und Bram hab ich dir hinterher geschmissen. Und Bram hab ich dir hinterher geschmissen. Oh Gott, das ist aber mehr als Rauch. Ja, das war auch Jens da. Ich auch. Schon länger. Ich glaub die ganze Zeit Pillar mit Kasper, aber mit großem Abstand. Seid ihr denn gerade alle im Keller oder was? Seid ihr alle zusammen? Mit sehr großem Abstand, denn ich bin im Keller jetzt. Naja, im Keller wäre da drum. Lava? Du bist überhaupt nicht im Keller, du Lava-Backe. Hinter dir, du Wichser. Als ob du hinter mir bist. Nein, du bist hinter mir. Scheiße. Alter, das sieht aus, als wenn du irgendwie so einen Bartender dazugest. Kommt auch gleich zu. Na, ich hab noch mit dir geredet. Wir sind im Teamspeak. Wir können auch reden ohne uns zu sehen. Bram! Aha. Was denn? Versteckt. Christian ist suspicious für ihn. Wir haben ne Fake-Leiche. Da wo Sepp, Peter und Bram langgelaufen sind. Und wo ist das? Sepp müsste eigentlich am besten entgegengekommen sein. Da kamst du ganz schön aggressiv aber an von hinten, ohne dass du was gesagt hast. Ja, ohne dass ich was geschossen hab, meinst du? Äh. Ja, ganz schön aggressiv hier. Der Jay am rumstecken. Du musst aber kurz weg, Peter. Wurde die Fake-Leiche gefunden, Bram? Ja, da wurde eine Fake-Leiche gefunden, ja. Kannst du denn da drauf liegen? Ja, hast du die auch gesehen? Klappt das? Ja, richtig schlecht für uns, wa? Haben wir unsere Fake-Leiche gefunden. Wieso? Warte mal. Alter! Wow! Ey! Ey! Jaders am kleinsten,อะ leer gleich. рей eeeeyey och Hallo! Wer war das, der na Natürlich weiß ich das. Auf der anderen Seite. Ich hab die Disco geworfen. Jetzt kommen die Leute, und wollen wieder zurück. Darauf schießen, bringt nichts auf die Fake-Leiche. Ehe drücken kannst du. Ja. Alter Bram. Ich dachte gerade, du hast gerade die Taube rausgeholt, das sah echt aus Lootet die denn jetzt endlich die Fake-Leiche? Nein Man-Hacks auch noch hier Oh, gleich wird geportet Man-Hacks kommen aus dem Keller Kann einer den anderen, Clay, kannst du die andere Kellertreppe bewachen? Ich bin geportet worden Ach du Scheiße Wo warst du denn? Ich war hinter dir Ich war hinter dir? Okay, dann ist es Chris Einer ist an den Man-Hacks schon gestorben Pass auf, Sepp Ja, ja Das ist der letzte Und hier ist auch eine Leiche drin Der ist gerade gestorben Ja, ja, der ist gerade verreckt Das müsste Bram sein, der da liegt jetzt Ist Peter dann der andere? Ist er denn Blut? Nein, Peter ist nicht der Ja, ist aber auch Bram Christian lebt Christian ist Traitor, ja, offensichtlich Und dann gibt's noch? Sepp Ich weiß nicht, ich muss Sepp sein, eigentlich Achso, ja, dann töte mich doch Wenn ich neben dir stehe Und ich der Safe-Trader bin Du hast jetzt auch die eine Leiche nicht confirmed, ne? Ja, weil ich hier nicht Blut sehe Da ist er gestorben Ja, ich hab einen Traitor gekillt Oh nein, Dalu Sorry Ich dachte, du wärst Chris Irgendjemand hat was gekauft Der ist doch so gut Der ist doch so gut Nein, der ist Sepp Sepp kommt zu mir, Chris Dalu Und? Dalu Sepp kommt zu mir Lang lang Fake Leiche Fake Leiche Mega krass Er ist weg, er hat abgedreht Er ist nicht mehr da im Gang Alles klar Weißt du, Jay hat voll die übelsten Paranoia Er wird nicht mal beschossen Oder so Sieht mich auf 100 Meter Entfernung Schreit einfach nur rum Wie möglich Wenn du der bist Ja, stopp Dalu Jay hätte mich gerade eigentlich erschießen können Ich hätte dich auch die ganze Zeit erschießen können Ja, nein, aber Jay hat schon auf mich geschossen Er hätte es nur noch beenden müssen Du willst mich doch nicht tricksen, oder Dalu? Sepp ist es dein... Lebst du noch? Nein Nein Okay, Dalu Das heißt, wir spielen jetzt zusammen, ja? Vielleicht Ich bin vielleicht auch gleich tot Okay, weißt du, wo Sepp ist? Langer Gang Fake Leiche Keller, wenn du das nicht bist Nein, bin ich nicht Langer Gang Fake Leiche Ist rausgekommen aus dem Keller Ja, dann machst du mich wahnsinnig Oh, leil! Loil! Nein, ich hab dich nicht gesehen Es war... Es war so krass... Krass dunkel Ich hab dich nicht gesehen Peter, du hast den... Du hast den Kill von Sepp angerechnet gekriegt gerade Was? Ach, komm Loil Hast du gesehen, wie du ins Klo gegangen bist? Ja, ich hab gesehen, wie du ins Klo gegangen bist, ja Christian hat sich nämlich mit BAM teleportiert Ach, Mann, ey Ist ins Klo gegangen Ich hab ihn beobachtet Und ich hab bestimmt eine halbe Minute vor dem Klo gecampt Und gewartet, dass der wieder rauskommt Ganz schön clever Boy, Peter Und dann hab ich ihn gekillt Das ist echt dunkel Wenn du hier dunkel machst, dann ist es echt sau dunkel Ich war mir so sicher Ach komm, wie kannst du immer noch schneller sein? Das ist unglaublich Ich war mir so sicher, dass Zepp Traitor war, dass ich nicht zurückgeschossen habe Ich war mir so sicher, dass Zepp Traitor war, dass ich nicht zurückgeschossen habe Jay, möchtest du Fake-Leiche bei dir ab? Alles gut Alles gut Hau ab! Noch einmal und ich schieße Ja, dann schieß doch Schieß Jay ab Schieß richtig kraft, Jay Da hat einer geschossen Ja, Jay schießt schon Schon hart getriggert Das ist der Fehler schon wieder Jetzt hast du schon Was soll die Scheiße? Ich wollte gucken, was da vorne ist Ach herrlich Es gibt so viele Räume hier, die ich noch gar nicht kenne Christian, warum schleichst du? Warum nützt du die Alt-Taste, um dich fortzubewegen? Ich bin doch relativ häufig Ja, wenn du Traitor bist Zepp, verfolgt mich Ja, aber woher soll ich denn wissen, dass du hinter mir abgelaufen kommst? Aber warum schleichst du? Das mach ich im Keller voll häufig Zepp, war Nancy in der Hand Ja, nicht dahin, rennt man da Ich will aber hier raus und ich will weg von euch Nein, du musst jetzt hier bei mir bleiben, damit du mich kötest und ein Credit kriegst Ich möchte, dass du gewinnst Ey Warum nicht? Ich bin Inno Komm Ich kann erst schießen Lass mich rein Aber was könnte man denn auf der Map trinken? Doppelsprung bringt nicht so viel Ist da ein extra Raum, Dalu? Ja Leben vielleicht Da ist sogar ein Porter Ja, aber Da gab es noch keine großen Battles Das ist auch ohne Traitor Wenn ich jetzt in dem Raum immer einen finde, welchen abschießen, was? Dalu, bist du am shoppen? Naja, Dalu stand da auf dem Bett Kannst du mich hier einfach rauslassen? Ich renne jetzt einfach raus Ja, du kannst doch raus Ja, ich habe Angst, dass du mich erschießt Ich will mich erwehren können Komm schon, Bruder Sei mein Freund Bruder Was ist das Teleporter hier? Nein, da ist gar nichts Naja, das ist eine Dusche Mit Melonen Genau, ist einfach nichts Boah, Dalu Die Melon-Dusche ist voll geil Hallo Schon eigentlich Ich hätte da was gehört Ganz gerne vorbei Was denn gehört? Ist sicher? Dalu macht mich jetzt Ja, ist sicher Da hat irgendjemand Hat doch irgendwas gemacht, oder? Da hat einer wild geklickert Chris kommt mir entgegen, das gefällt mir erst recht nicht Ja, wir kamen auch Ja, aber ich kam halt Irgendwo muss ich hin, Peter Ach Gott Jay ist tot Alles cool, lauft einfach von da Der ist tot? Dann kommst du den wieder entgegen Ja, Jay sagt nix mehr Meinst du, wir laufen jetzt die ganze Zeit im Kreis dabei? Okay, Operation Jays Leiche finden Wenn Jay, wenn ich dich finde und du noch lebst, töd ich dich Aber ich weiß, wo Jay ist Warte mal, Jay war hier vorne in dem Raum Warte Ich hier Und dann Wait, what? Da Bam Okay, da ist gerade einer gestorben Passend zu einer Explosion Hier und da und da Hier und da und da Ja Okay, ich hab Jay gefunden, Jay war Traitor Ja, ist schon mal gut Fake Leiche vielleicht Es gibt ja keinen, der auf Jay geschossen hat, oder sonst Nein, nein, ich hab ihn gekillt auch, meine ich Okay Ich muss aber zugeben, dass er wahrscheinlich ein Bug war Weil ich glaube, ich wurde teleportiert und ich war in Jay drin Okay, Vramat hast du jetzt mit mir vor, du sick Okay, okay, Plan That's the plan, my friend Einer hat nen Dead Ringer Okay Ich mach dir sogar den Ne Pass auf, weißt du was, 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 weißt du was So Ne, der macht ja uns beide Ah ja stimmt, das wär scheiße Über wen redet ihr jetzt? Über dich vielleicht Über dich oder Sepp, das weiß ich noch nicht Was mit Chris? Nur für mich Ja oder über Chris Chris kann natürlich auch sein Sepp ist tot, also Chris oder du Ja Und ihr seid euch sicher Also ihr beide Natürlich Vertraut euch Okay, pass auf Ich erschieße, oh ich muss ich Achso, hier seid ihr drin Ja warte Das konfirmiert Ja ne ne, kannst du Ja Ja Ich hab jetzt mal Ich will auf der Suche nach Ja 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 ja, da Er ist mit Ram hat noch zuerst geschossen Ja, so richtig auch so Ja, aber dann mach doch nen Türschild dran Ja, was ist das? Irgendwas, um mir zu sagen, dass ihr da drin seid Okay, dann auch ich such Christian Danach werde ich ihn confirm Und danach, wenn er nicht inno sein sollte, töte ich mich mit einer Brandgranate vor eurer Tür Okay, das klingt nach nem Plan Und dann müsst ihr euch aber erschießen Ja, das ist okay Okay Aber du musst ihn erst confirm, dass der Traitor ist Ah, guck mal, er lebt noch Da ist er! Er ist im Dead Ringer Er lebt noch Oh! Ja, du machst das schon da, du Ja, ey Aber Peter, du kannst das für mich nicht sein, weil du dich beobachtet fühlst Ja, ey, ohne Scheiß, das ärgert mich mega grade Weil die Runde war eigentlich, die lief richtig gut Weil ich wusste, dass der gleich wiederkommen werde und mir auf den Sack ging Mit dieser Scheißtür, die der immer auf und zu gemacht hat Dann hab ich dem dann Doorbuster drangesetzt Das war dann schon lustig Und er ist dann nicht fressegeil Aber clever, ey So ne Scheiße, ey Und dann funktioniert die Teleportation nicht und war in Peter drin Ja, da weiß ich nicht Also du bist zu mir gekommen, witzigerweise Also ich bin nicht zu dir gekommen Keine Ahnung Du hast dann aber auch nicht reagiert, ne Also das war auch ganz lustig Ja, ich kann ja nicht, ich hab ja keine Waffe so schnell Weißt du? Also ich muss ja erstmal auf die Waffe setzen Ich mein, du hast auch nichts gesagt, das war ganz geil so Ja, was soll ich denn groß sagen? Also ich muss ja erstmal wegschneiden, weil der Doorbuster ja aktiviert würde Ey, Peter, warte geht ab Oh nein, da ist noch einer, komm schon Bitte, 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 bitte Wir machen wieder das Rennen, ja, mit der Inse Ja, okay, da ist der Plan Hast du Peter jetzt angefackelt? Nein, 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 nein Vielleicht, weiß ich nicht Wenn das schnell genug war, dann nicht Ich lebe nur unter der Gunst des großen Freiherrs Dennis Bram, dem Zweiten Äh, warte, 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 warte Was ist das? Was ist das? Um mich zu beschützen? Das ist ja das Der Nächste Wir müssen, wir müssen uns trusten Nicht der Langjack, nicht der Langjack Nein, ich will ihn jetzt nicht trusten, vielleicht Okay, macht nix Er durfte, ist dahinten explodiert, alles gut Ach scheiße, er ist doch durchgekommen Oh Gott, er wird mich jetzt killen, er wird mich jetzt killen Ah, ich will dich nicht killen, überholt ihn einfach und dann ist es gut Was? Moment, ihr lauft die Wunde Aber gut, ich bin unten reingegangen Ich bin nach oben gelaufen Ja, genau Was machst du dazu, Fred? Nein, nein, Chris, nein, Chris, Chris, Chris Moment, das ist die falsche Tür, ich muss da hinten immer Ach, Christian! Ich muss da hinten, wo es brennt Das ist ja Christian, Christian Ich muss immer noch da hinten, wo es brennt Ja, ist ja okay Weißt du, das zieht mich magisch an Warum lebst du noch? Hm Peter läuft ja hinterher, selbst Willkommen Ach da, du sagst immer Peter, was wolltest du denn jetzt machen? Die Harpule wollte er raus holen Ach, die Harpule, die hätte ich schon fünfmal geklumpft Was? Das ist frech Was? Fuck you, Dalu Okay, ich hab Dalu gemacht Nice Hey, weg Okay Dann wart Sepp Tja, keine Ahnung, wo Sepp ist Oder Dalu hat halt überlebt Nee, nee, Sepp Nein, ach, da kommt die gerade an Ich wollte ihn gerade retten High five, Chris Nice Er hatte kaum Leben Er hatte kaum Leben Da war ein Torbruster Die Tür ist sogar weg Ich hab einfach die Tür aufgenommen Die Tür ist sogar nicht mehr da Warte, nicht geklappt, ey Ich hab nicht gewundert, wie kann der von hinten kommen Ich hab mein Backup doch gesichert Wir beglückwünschen Sir Dalu Card für seine fantastischen 34 Punkte Und sagen vielmals fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Hau rein Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017